Giuseppe Fortunino Francesco Verdi war ein italienischer Komponist der Romantik, der vor allem durch seine Opern berühmt wurde. Leben Ob Verdi am 9. oder am 10. Oktober geboren wurde, ist nicht ganz klar. Ins Taufregister wurde am 11. Oktober eingetragen, er sei am vorherigen Abend geboren. Verdi selbst sah aber den 9. Oktober als seinen Geburtstag an. Da man früher die Tage von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang rechnete, ist auch diese Deutung des Taufbucheintrages möglich. Verdi wurde in einfachen Verhältnissen im Ort Lee-Rong-Cole geboren. Im Geburtsregister wurden Faddis Vornamen französisiert und so wurde Verdi als Josef Fortunin François Verdi eingetragen. Faddis außergewöhnliches Talent fiel früh auf und er erhielt vom Organisten im nahegelegenen Boussetto musikalischen Unterricht. 1823 wurde er mit Unterstützung eines Musikverständigen Metzens des Kaufmanns Antonio Barezzi in Boussetto in das dortige Gymnasium aufgenommen. Bald vertrat er den Dorforganisten in der Kirche. Nachdem ihn das Konservatorium in Mailand 1832 abgelehnt hatte, wurde er, wiederum mit Barezis Unterstützung, Privatschüler von Wink & Solavinia. Einem Schüler von Giovanni Paisiello wurde er Organist und 1836 Musikdirektor in Boussetto und heiratete Barezis Tochter Margherita. In diesen Jahren studierte er intensiv nicht nur Kontrapunkt und die Grundlagen der Operngestaltung, sondern beschäftigte sich auch mit Politik und Literatur gegen Verdi erneut nach Mailand. Nach einem verschollenen, nicht aufgeführten Erstling unter dem Titel Rosta oder Lord Hamilton wurde im November 1839 seine Oper Obato Conte di San Bonifacio mit Erfolg an der Mailänder Skala aufgeführt. Sein nächstes Werk, die komische Oper Un giorno di Regno, wurde ausgepfiffen, woraufhin Verdi, der neben dem Tod seiner Kinder auch den seiner Frau betrauerte, deprimiert beschloss, das Komponieren aufzugeben. Nach über einem Jahr konnte ihn jedoch Bartholomeo Marelli, der Direktor der Skala, zu einem weiteren Werk überreden, Nabucodonosor. Diese Oper erwies sich als Sensationserfolg und Verdi wurde auch international als führender italienischer Opernkomponist anerkannt. Die Abigail der Uraufführung Giuseppina Straponi wurde später Verdiss-Lebensgefährtin und zweite Ehefrau. Seit dem Erscheinen der ersten Verdi-Biografien im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wird behauptet, das unter Fremdherrschaft leidende italienische Volk habe sich mit dem in dieser Oper zum Ausdruck kommenden Freiheit strebende in babylonischer Gefangenschaft gehaltenen Juden identifiziert. So sei der bekannte Chor V.A. Pansiro, Sal Alidorate eine Art italienische Nationalhymne. Ein Protest gegen Tyrannei und politische Willkür gewesen. Dafür gibt es jedoch nach neueren Forschungen zur politischen Verdi-Rezeption im Risorgimento keine Belege. In den folgenden sechs Jahren schrieb Verdi für seinen Lebensunterhalt in rascher Folge mehrere Opern. Zunächst Hilomba die Alla Prima, Crociate und Enani. Diese beiden Opern stellten sich als große Erfolge heraus. Von den nächsten Werken schafften es jedoch nur Macbeth und Luisa Miller in das Standard-Repertoire der großen Opernhäuser. In dieser Zeit schuftete er, nach eigenen Worten, wie ein Galären-Sklave und gefährdete ernsthaft seine Gesundheit. Sein erklärtes Ziel war, genügend Mittel zu erwirtschaften. Damit er sich früh als Gentleman auf ein Land gut zurückziehen könne, am besten in Sant'Agata nahe Runcol. La Battaglia di Legnano war verdesglühende Antwort auf den Risorgimento, die Einheitsbewegung der Italiener, die dem Revolutionsjahr 1848 folgte. Dieses Eifersuchtsdrama spielt vor dem geschichtlichen Hintergrund des Sieges der Liga der Lombardischen. Städte über Friedrich Barbarossa. Nach dem Stifilio, der den Ehebruch einer evangelischen Pfarrersfrau thematisiert, folgten Rigoletto, Il Trovatore und La Travietta. Diese sogenannte Trilogia Popolare gilt als ein Höhepunkt in Verdiss schaffen und markiert den Durchbruch einer musikästhetischen Konzeption, die sich erstmals im Realismus des Macbeth angekündigt hatte. Die Werke festigten Verdiss internationalen Ruhm und gehören noch heute weltweit zu den beliebtesten Opern. Bei der Wahl seiner literarischen Vorlagen legte er hohe Maßstäbe an, ein Zeichen, dass seine Privatstudien in den 30er Jahren Früchte getragen hatten. Victor Hugo lieferte ihm die Vorlagen für Ennani und Rigoletto, Shakespeare für Macbeth, Lord Byron für Idu, E. Foscari und E. Cossaro. Wolter für Altsira und Friedrich Schiller für Giovanna d'Arco nach dem Drama Die Jungfrau von Orleans, Imaz Nadiri nach dem gleichnamigen Stück und schließlich Luisa Miller nach Kabale und Liebe. Auch Shakespeare's Kinglia beschäftigte ihn mehrfach in den folgenden Jahren, ohne dass es zu einer Komposition des Relief kam. Nachdem Verdi 1847 in Paris anlässlich der Aufführung von Jerusalem die Sängerin Giuseppina Straponi wiedergetroffen hatte, verliebten sie sich und zogen bald zusammen, diese Verbindung stieß vor allem in Bussetto auf erheblichen Widerstand. Erst 1859 entschlossen sich Verdi und Straponi zur Heirat. Nach der Vereinigung Italiens ließ er sich 1861 von Graf Cavour zur Kandidatur für die Abgeordnetenkammer überreden, trat jedoch bald wieder zurück. Verdi war nun zur internationalen Berühmtheit geworden und arbeitete für die Pariser Oper, das Mariinsky Theater in St. Petersburg und die Weltausstellung in London, wo Ferdis in Odellnazuni auf einen Text des jungen Arrigo Beutour aufgeführt wurde. Zu den in diesen Jahren komponierten Opern zählen Simon Bockengra, Aroldo als Neufassung des Stifilio, Un Bayo in Maschera, La Forza del Destino und Don Carlos. Hier zeigen sich seine Meisterschaft in der Melodieführung und in der musikalischen Gestaltung der Charaktere. Die neu gewonnene Freiheit bei Rezitativen und Arien und eine stärkere Betonung der Rolle des Orchesters als in seinem Frühwerk. Die Tiefe in der Charakterisierung gerade der Frauenrollen ist wohl auf seine Beziehung zu Giuseppina's Traponi zurückzuführen, die diesem zweifellos schwierigen Mann jederzeit bedingungslos zur Seite stand. In diesen Zeiten hatte Verdi immer wieder Schwierigkeiten mit der Zensur, die etwa einen Anschlag auf einen König als gefährlich ansah und umfangreiche Änderungen in der Dramaturgie erzwang. Während die für Paris komponierte Oper Luepres Siziliennis in Italien wegen der Eingriffe der Zensur nur ein mäßiger Erfolg war, konnte er mit Don Carlos seinen Rivalen Mayabe überflügeln, danach zog er sich zunächst vom Komponieren zurück. Allerdings überarbeitete er 1869 die für das Publikum in St. Petersburg geschriebene Oper La Forza del Destino für italienische Bühnen. Er hatte seine Honorare konsequent in sein Landgut Sant'Agata investiert und war mittlerweile finanziell unabhängig. Im November 1869 wurde das Kairoer Opernhaus mit Ferdis Rigoletto eingeweiht und wenige Tage später der Sus-Kanal eröffnet. Der ägyptische Vizekönig Ismail Pasha wünschte sich für die folgende Saison eine neue Oper von Verdi für sein Opernhaus. Doch erst im Juni 1870 stimmte Verdi zu und komponierte die AIDA. Die Uraufführung fand 1871 in Kairo statt. Es war ein rauschender Erfolg, denn die Oper war ein Werk aus einem Guss. Verdi hatte seinem Librettisten Antonio Gislanzone ein detailliertes Drehbuch vorgegeben und sogar auf die verwendeten Fassmaße Einfluss genommen. 1873 komponierte er zum ersten Todestag des Schriftstellers und Freundes Alessandro Manzoni sein bedeutendstes Werk außerhalb des Bühnenschaffens. Die Messa da Requiem, bereits vorher schrieb er das Streichquartett Timol. Danach betrachtete Verdi, enttäuscht vom Ausbleiben eines durchgreifenden sozialen Fortschritts in Italien, sich als Rentier und verwendete beträchtliche Zeit und Energie in die Erweiterung und Verbesserung seines Landgutes in Sant'Agata. Bis Mitternacht bin ich noch Maestro Verdi. Dann werde ich wieder zum Bauern. Verdi zog sich nun endgültig auf sein Landgut Sant'Agata zurück und widmete sich der Bewirtschaftung des Guts. Gleichzeitig setzte er sich für die Verbesserung der Infrastruktur seiner Umgebung ein. Er sah, dass viele seiner Nachbarn in eine ungewisse Zukunft auswanderten, das versuchte er zu verhindern. So wurden auf seine Initiative hin Straßen gebaut und ausgebessert, Gräben eingedämmt, Wälder wieder aufgeforstet, Bauernhäuser gebaut. Selbst ein kleines Spital wurde gestiftet, das gut verließ Verdi nur noch selten, dann jedoch lediglich um Konzerte und Opern zu dirigieren. In dieser Phase errichtete er auch die Casa di Riposo per Musicisti, ein Altersheim für ehemalige Musiker in Mailand. 1874 wurde Verdi zum Senator des Königreichs Italien ernannt. Sein Verleger Giulio Ricordi allerdings wollte sich mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Er arrangierte eine Zusammenarbeit mit dem inzwischen als Schriftsteller und Komponist berühmt gewordenen Arrigo Beutho. So kam es, dass Verdi im Alter von über 70 Jahren seine wohlreifsten Opern schrieb. Als Test überarbeitete Beutho erfolgreich das Libretto von Simon Bockengra. Nach langen Verzögerungen entstand dann 1887 Othello zu einem Libretto von Beutho nach Shakespeare's Tragödie. 1893 folgte als letzte Oper Falstaff, deren Libretto gleichfalls Beutho nach der Vorlage Shakespeare's verfasst hatte. Sie wurde in der Mailänder Skala Uhr aufgeführt und gilt vielen als bedeutendste komische Oper überhaupt. Ihr durchschlagender Erfolg war in gewisser Weise ein Ausgleich für das Fiasko, das Verdi ein halbes Jahrhundert vorher mit Hun Giorno di Regno in demselben Haus erlebt hatte. Er komponierte noch zwei geistliche Chorwerke, das Teideum und Stabat Mater, die 1898 zusammen mit einem früher entstandenen Ave Maria und den Laudi alla Vergine Maria als Quattro Petsisacriur aufgeführt wurden. 1897 verstarb seine Frau nach langer Krankheit. Am Mittag gegen 12 Uhr am 21. Januar 1901, kurz nach dem Besuch des Arztes, erlitt Verdi eine Blutung im Bereich der Capsule Interna, die zu einer Lähmung der rechten Körperhälfte führte, Würdigung. Verdi ist als Opernkomponist der größte und gleichzeitig ebenbürtige Gegenspieler Richard Wagners. Beide wurden im selben Jahr geboren und schufen nebeneinander Opernkonzepte, die aus der Nomanoper entstanden. Unterschiedliche Wege über sich entwickelnde Palandostile nahmen und die Opernkultur des 19. Jahrhunderts prägten. Noch über 100 Jahre später gehören sie zum Kern des Repertoires große Häuser. Verdi knüpfte an die Leistungen von Gio Equino Rossini, Vincenzo Bellini, Saverio Mercadante und Getano Donizetti an, wandelte das Erreichte um und leitete eine Periode des ständigen Suchens, schließlich der dramaturgischen Vollendung und der Verfeinerung ein. Bei seinen ersten Opern blieb er noch in der Tradition des Bellcanto, der die Eleganz der Sängerstimmen zu Lasten von Charakterisierung und Dramatik pflegte und dabei war, sich in Wiederholungen zu verlieren. Doch Schritt für Schritt löste Verdi sich von diesem Konzept und gestaltete seine Werke als wahre Dramenaktion und Reaktionenparkenten, außergewöhnlichen Situationen, dargestellt von Persönlichkeiten, die seine Musik in neuartiger Weise charakterisierte. So ist verständlich, dass ihn immer wieder Werke von Shakespeare und Schiller beschäftigten, Dramatikern von besonderem Rang. Seine Opern sollen nicht ein Programm mit Symbolgehalt umsetzen, in ihrem Mittelpunkt steht das rein Menschliche in Tragik und Humor. Letzteres führte zur Einordnung in die Schublade namens Realismus. Im Gegensatz zu Wagners Werken tritt das Orchester, wenn auch oft prachtvoll und raffiniert, meist in den Hintergrund. Die Melodieführung, einfacher als bei seinen Vorgängern, ist Trägerin des dramatischen Ausdrucks. Nachdem er sich von seinen Vorgängern gelöst hatte, strebte er zunächst nach der Grand Opera im Sinne Maya Bias, die er jedoch selbst mit Gefühlsintensität und psychologisierender Charakterisierung wieder überwand. Der Narigoletto, der sich zum Narren macht, die hexenartige Lady Macbeth, der unbeugsame Fiesco in Simon Bockengra, neben der sich opfernden Violetta in La Travierta, die selbstzerstörerische Amneris, neben der leidenschaftlichen Leonora des Troubadours die gequälte Leonora der Macht des Schicksals, Adalos des Monats und schließlich der König in Don Carlos. Dies sind Rollen, in denen sich musikalische Präsentationen und Gefühlstiefel in sonst kaum erreichter Weise zu einem theatralischen Gesamtkunstwerk vereinen. Verdi war der Reformator der italienischen Oper. Sein Requiem steht den Opernkompositionen sehr nahe. Das gilt auch für seine lange Zeit unbeachteten Kunstlieder. Der italienische Staat hat für das Geburtshaus in Le Roncol, das heute ein Museum beherbergt. Zugleich mit den Geburtshäusern von Giacomo Puccini und Gio Echino Rossini, mit dem europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet, Werke. Opern unterlegt, geistliche Musik, Messa per Rossini, 1869, Postum veröffentlicht. Ave Maria für vierstimmigen Chora a Cappella. Verdi ist der Opernkomponist mit der umfangreichsten Diskographie. Operades verzeichnet zwischen 1907 und 2009 insgesamt 2327 Einspielungen. Diese verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Werke. Im Laufe seines Lebens schrieb Verdi an die 35.000 Briefe eigenhändig und immer in Eile, etwa zwei Briefe täglich. Sie zeichnen sich durch ungewöhnliche Klarheit, hohes Temperament und einen sehr direkten Ton aus, der auch Derbheiten nicht aus dem Wege geht. Allein der Briefwechsel zwischen Verdi und seinem Librettisten Beutel umfasst 276 Briefe. Die Casa Verdi in Mailand Die Casa Verdi in Mailand ist das von Verdi gestiftete Altersheim für ca. 60 Sängerinnen oder Musiker. Es ist noch heute in Betrieb und war Schauplatz des 1984 gedrehten Dokumentarfilm Silbadio di Tosca von Daniel Schmidt. Auf die Frage, was wohl seiner Meinung nach sein bestes Werk sei, soll Verdi geantwortet haben, das Altersheim in Mailand. Giuseppe Verdi wurde mit seiner Frau Giuseppina Straponi in der Gruft des Altersheims bestattet.